Hallo, mein Name ist Franz Fuchs, ich bin GIGA-Sport-Fahrradexperte und zeige ich heute ein paar Kniffe, wie man das Rad fit für das Frühjahr bekommt. Als erstes im Frühjahr müsst ihr darauf achten, dass euer Rad einmal wieder sauber wird. Das heißt sprich, wenn ihr den Winter durchgefahren seid, ist die Kette voller Salz und Dreck und der muss einmal entfernt werden. Bei der Bremse kontrollieren wir als erstes die Belege, ob noch genügend Material vorhanden ist. Als nächstes muss ich noch den Druckpunkt der Bremshebel kontrollieren. Bei der Schaltung kontrollieren wir, ob wohl jeder Gang bedient wird. Darauf ist zu achten, dass jeder Gang sauber einrastet und ohne Schleifgeräusche die Kette durchgeschalten wird. Bei Schleifgeräuschen am Ritzel muss die Schaltung neu justiert werden. Um auch bei Nacht sicher unterwegs zu sein, überprüfen wir die Lichtanlage und die vorgeschriebenen Reflektoren. Zu guter Letzt kontrollieren wir den Druck der Reifen, der seitlich auf der Karkasse abzulesen ist. Dabei kontrolliert man auch noch, ob der Reifen porös ist. Das waren die wichtigsten Punkte nach dem Winter. Habt ihr Probleme mit eurem Fahrrad, könnt ihr gerne bei uns in der GIGA-Sport-Werkstatt vorbeikommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017